Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man solche Einschlaghülsen einschlagen und somit zum Beispiel auch so einen Holzzaumpfosten gerade in den Boden setzen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte meinen 9x9 cm Holzpfosten gerade in den Boden setzen und hierfür eignen sich solche Einschlaghülsen wirklich optimal. Dies ist natürlich auch 9x9 cm hier oben breit bzw. lang und das Ganze ist jetzt 75 cm danach im Boden drinnen. Wenn das Ganze übrigens noch etwas stabiler sein sollte, dann kann man natürlich auch noch eine etwas längere Version hierfür nehmen. Und ich zeige euch mal zwei verschiedene Methoden, wie wir diese jetzt richtig in den Boden bekommen und Methode Nummer 1 ist die klassische mit ordentlich Muskelkraft. Zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall überprüfen, ob unser Boden überhaupt für so eine Einschlaghülse geeignet ist. Bedeutet nicht, dass zum Beispiel nach ca. 20 cm ein relativ großer Stein kommt und die Einschlaghülse dann einfach nur verbogen wird. Deswegen am besten mal eine Bohrmaschine mit einem relativ langen Bohrer zur Hand nehmen. Oder wir können natürlich auch so ein Bewährungseisen hier in den Boden relativ gerade hineinschlagen. Und somit haben wir dann auch gleichzeitig noch eine schöne Führung, dass die Einschlaghülse danach gerade hineingesetzt werden kann. Sicherheitshalber kann man übrigens immer mal wieder mit einer Wasserwaage kontrollieren. Nicht, dass man hier komplett schief einschlägt. Und wenn es passt, dann natürlich dementsprechend das Ganze wieder herausziehen. Damit wir beim Einschlagen unsere Einschlaghülse nicht kaputt machen, sollten wir auf jeden Fall noch eine spezielle Einschlaghülse zur Hand nehmen. Diese kann entweder aus Hartplastik sein, das schaut dann so ähnlich aus wie so ein Pflasterstein hier. Wird einfach hineingegeben und schaut etwas über die Hülse raus. Oder wir könnten auch zum Beispiel ein Stück von unserem Holzzaumpfosten abschneiden. Dann würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, dass es sich hier normalerweise um Weichholz handelt, dass wir mal noch ein Stück Eisen auf jeden Fall hier hineingeben, dass natürlich beim Einschlagen danach das Holz auch nicht in der Einschlaghülse stecken bleibt. Oder wie in meinem Fall verwendet man einfach so ein Stück Hartholz hier. Ich gebe meine Einschlaghülse erstmal in die Einschlaghülse hinein. Und jetzt sollte man das Ganze auch schon mal grob von der Flucht her ausrichten. Das kann man am besten übrigens mit einem Meterstab oder zum Beispiel wie in einem extra Video gezeigt mit so einer speziellen Richtschnur hier machen. Wenn es aber passt, die Einschlaghülse schon einmal ein paar Zentimeter in den Boden schlagen, dass sie auch schon von alleine steht. Und dann ist nochmal ein super Zeitpunkt, dass wir unsere Hülse mal mit einer Wasserwaage nachkontrollieren, falls sich das Ganze bei dir übrigens auch schon leicht verdrehen sollte. Dann am besten mal noch eine relativ große Schraubzwinge zum Beispiel hier anspannen. Und wir können auch diese vorsichtig mal entgegend drehen. Wichtig ist hier, sollte man natürlich nicht zu viel Kraft aufwenden. Nicht, dass hier oben unsere Hülse von diesem Teil hier unten abreißt. Bei mir schaut es aber gut aus, weswegen ich mit einem Vorschlaghammer weitermache und natürlich auch einen Gehörschutz aufsetzen sollte. Die erste Hülse sitzt und Methode Nummer zwei würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du sehr viele von diesen Einschlaghülsen für zum Beispiel eine Terrasse einsetzen musst. Dann benötigst du aber einen relativ schweren Abbruchhammer bzw. Bohrhammer, denn mit so einem kleinen Spielzeug hier wirst du nicht wirklich weit kommen. Für diese Methode muss man etwas kreativ werden. Wir benötigen nämlich eine Einschlaghilfe, welche natürlich noch einmal stabiler ist als irgendwie ein Holz oder Hartplastik. In meinem Fall ist das jetzt einfach hier so eine runde Eisenplatte, die genau in meine Einschlaghülse hineinpasst. Und damit ich auch eine Führung für mein Maisli hier unten habe, habe ich mal in die Mitte noch ein kleines Loch hineingebohrt. Ich bohre mir also auch hier wieder eine Führung und teste, ob der Boden dafür geeignet ist und klopfe die Hülse wieder etwas in den Boden, das sich von alleine hält. Meine Einschlaghilfe setze ich danach auch schon ein und kann die Hülse auch schon in den Boden stemmen. Und somit haben wir unsere Einschlaghülsen auch schon richtig in den Boden geschlagen und wie gesagt, das Wichtigste hierbei ist, dass man einfach regelmäßig kontrolliert. Wenn du dir für zu Hause solche Einschlaghülsen oder natürlich auch Einschlaghilfen in den verschiedensten Größen einen Vorschlaghammer oder auch einen Abbruchhammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.